so der weg eine neue gestartet ich habe ein deal gemacht widerstandstransporter sind vom kreuzer ausgestartet feuer nach eigenem ermessen diese transportschiffe besitzen keine waffen keine schilde wir haben keine chance sie müssen ihren transporter erwischen jemand muss hier bleiben um den kreuzer zu fliegen möge die macht mit euch sein warum sind sie immer noch zu dritt so wie es im film auch ist ich kenne diese zähle aus dem film die waren noch der einen film war die licht fronzen ja aber so das schiff stürzt gerade ab ich will hier nicht kämpfen damit kommen wir hier raus schnappen wir uns einen teiljäger und nichts wie weg dort oben kommen wir nicht an sie ran das müssen wir vielleicht gar nicht es ist auch so gefährlich genug nutzen wir das aus seht euch an wir rassen ruschen sie von einem sinkenden Schiff warte mal ihr wisst dass das Schiff höchstisch gerade dringt Ruhe dieser ganze ort stürzt ein ob wir das so hinbekommen dass der alte krummeimer auch etwas abbekommt ah ich hab verstanden was machen muss ich zerquetsche euch die armeisen du hast die teilregen die teilpreise auf die füge ich stehe deutlich über euch ihr werdet nicht was aus mir erreichen versucht es nicht ihr werdet diese Schinn nicht verleihen wir sind schon wieder fast fahrer je die alte wir sind schon wieder fast fahrer je die alte kurzen egal diese diese Schüsse die hier rumfliegen ich feier das so hart doch diesen Kammläufer sofort dein Aufstand endet hier 2 1 8 7 Finland 3 1 9 9 9 9 5 100 5 5 2 5 9 5 10 9 10 9 10 9 10 10 11 14 13 12 lebt die noch scheinbar schon kurzen feuer gefallen aber die leben du musst dir so eine gold kiste aufmachen ich hab mal eine gold kiste ich heier doch dann danke oh das war so kurz am anfang vielleicht noch länger und öfter abhauen das stimmt ich habe auch eine sicherung aber meines durchgebrannt okay ich gehe da mal oben rauf ich hole mir den heilkorn man kann das sogar wieder zusammenbauen heizt wohl wenn ich das gemacht dann kann ich das wieder zusammenbauen wie hat die das überlebt ich muss noch ein bisschen zusammenbauen ich will bauen hallo haue oh treffe ich den von hier eine sicherung ich muss noch mal irgendwie da hoch vielleicht trenne ich das ding ja doch ja bitte lebt noch bitte lass mich noch da oben sein ja gut ich kann nicht ich kann den letzten schwarzen druiden töten es sei denn jan macht weiter auch ich gehe hoch auf den turm wenn wir wenn das jetzt gleich geht ja schade du warst schon immer abschauen die bellen abschauen aber du bist auf dem boden ich nicht mann Du schaffst es, ich glaube, von DICH! Wir finden schon einen Weg dorthin, komm! Ein Cabrio-Läufer von Hostel! Ein Cabrio! Lass sie nicht entkommen! Hä? Ja! Ich bin ein Vogel! Was ist passiert? Das Mädchen! Sie ist in Snoke's Rettungsschiff entkommen! Bringen wir es zu Ende! Lass sie mir, der oberste Anführer! Was ist das? Der Mineralplanet Krabs! Ein Rebellenstützpunkt? Aufgegeben! Aber schwer gepanzelt! Sie kommen, schließt das Tor an! Wolfi! Ja! Wir reifen an! Der Vogel kommt! Ja, als ob so knapp noch reinzukommen, what the fuck! Hallo! Und sich nichts dran zu denken! Warte, mach mal drauf! Ihr seid am Leben! Ist das alles, was übrig ist? Oh, Schumpel! Ich freue mich ja so nicht zu sehen! Benutzt die übrige Energie, um ein Notsignal in den Outer Rim zu senden! Ich bin alle in meinem Eimer! Meine Datenbank ist ein Schicksal! Nur eine neue Schicksal! Mir ist ungeschweckend! Mein Datenbank ist eine neue Schicksal! Er ist ein Schicksal! Ich werde nicht unbedingt machen! Meine Datenbank ist eine neue Schicksal! Quadratfuß! Charaktere! Oh ne erst kommen wir hier kurz, okay! Jetzt aber, Charaktere! Finn Crate Finn, Episode 8, Supremacy Road Tico, Crate Road Tico, Episode 8, Supremacy Captain Phasma Captain Phasma, riesiger Helm Sturmtrupple, erste Ordnung, Truppenführer Vorher, Truppenführer, war anders richtig Ja, ja, pass auf Warte Böse, ist das wer Bösewicht? Ich glaub schon, ja Gönn dir Finn Oh Pass auf Gönn dir Finn Nochmal Finn als Klon Nochmal, dann nochmal Finn Nochmal Finn Können wir Grievous kaufen? Danke Kurz Grievous gekauft, yo Ja Oh, ich muss gegen die dann kämpfen hier Komm her Junge, ich beherrsche dich Kann ich keiner machen, bitte? Ey Ja, scheiße, ja Was machst du jetzt? Weg mit dir Ich versuche herauszufinden, ob ich Machtwürze machen kann, ich ja nicht Aber scheinbar nicht Digga, er hat einen Stock, wofür hat er den, wenn er eh nicht den benutzt? Wow Wow Ich kehrte einfach hier hoch Die Welt hilft ihnen dabei Ich will inzwischen einen Verteidigungsplan schmieden Wir müssen das Notsignal schnell aussäppeln, aber die Schüssel hat keinen Strom und ist falsch ausgerichtet Die uns helfen Ich schätze, wir können etwas Strom von dem da abdrücken Der macht sowieso nicht viel Du kommst wohl nicht an die Schüssel ran, BB8 Weißt du, wie das Ding ist, wo wir es eingeschaltet haben? Zumindest die Update-Datei Ja Ich glaube, du warst sogar richtig da oben Aber die Schüssel selbst ist da ein bisschen kaputt Was soll denn mit dem hier noch hoch? Ja Ja Wo komm ich hier raus? Wo war ich hier? Kann ich hier noch hoch? Nee Ich bin alle weg, wenn ich hier nach oben komme Hier ist ein Fahrstuhl Hier ist ein Fahrstuhl Die Frage ist nur, wie aktivieren wir den? Da oben müssen wir glaube ich da was machen Das kann aber von unserer,, S Christine Das�도 aber Abs洩 Jetzt titan Besucher und wie aktivieren wir den kann nicht die amak ich kann hier dazwischen rein okay ist das safe was selbst wenn ich irgendwas machen würde ich doch vielleicht kann ich da was machen das können wir ganz einfach regeln hier an der stelle die bleibt sogar da hängen wer das ist einfach nur ein blauen stein gewinnen die vom widerstand werden augen machen okay ich hab's kapiert lass mich mal ich verstehe es einfach los wir beide ja ich sag dir das ist so eine lösung wahrscheinlich aber wir checken es nicht alle in den kommentaren rasten jetzt gerade so aus wieso drückt ihr das nicht kannst du dich mit kreis hier irgendwo hochziehen die mädchen der könnte leitern gehen wer das ist das es wird bei dir schon ich sag dir die lösung war so offensichtlich eigentlich also aufzug t wenn t k 3 k 2 k k k k k k was das für eine antenne deshalb machen einfach ein bohrer laser hin kommen hierher ja wir sind ja nicht diese folge wir achten sogar oben das kriegt auf einmal so da oben ist so ein teil ich fürchte nicht kannst du wechseln du kannst wechseln ich bin im auftrag der jedi aus dem weg ich bin an der reihe erneke denkt daran was ich nicht gelernt habe ja meister ein gesunder war tägliche pflege interessant das behalte ich natürlich kannst du wechseln ja komm mal wenn du wie heißt das steuerkreuz rechts drückt dann kannst du auch so wechseln manche steuerkreuz rechts warte 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 bevor wir jetzt irgendwas anderes machen das 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 will ich jetzt aber gucken wir gar nicht ich will jetzt stützräder zu verwenden oh holly shit okay wir müssen die erste ordnung aufhalten oh gott ich hab's geschafft alter ich gehe da schon mal weiter weißt du was wir jetzt machen können datenkarten kaufen baguette nicht schwer ja mann das holst du sowas von ey ja was ist das ey freddy ja ich werfe in spaghetta was ein scheiß digga das hat sich gelohnt okay das weißt du genau ja wir müssen uns um das geschütz kümmern einfach rich das weißt du sogar ein level ne okay ja 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 in ja ja sie hat ziemlich erwischt nein ja laut Er ist nicht hier. Es muss eine natürliche Öffnung geben, die auf keiner der Karten zu finden ist. Ne Digger, das kann ich mir nicht anziehen. Ich denke, was ist das hier für ein Kampf? Ich kann jetzt mal richtig kämpfen. Gündje, ich weise einfach nur aus. Ich muss einfach nur ausweichen. Du musst bei mir auch mitgucken, während du da alles an wahrer Jedi machst. Der Widerstand ist tot. Der Krieg ist vorbei. Und wenn ich dich töte, dann töte ich damit den letzten Jedi. Jedi, erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Mach mal wahrer Jedi-Pferde. Ich bin nicht aufgewacht. Wie ich sehe, bist auch du in deinem Versteck nicht eingerostet. Egal, ich werde dich dennoch schlagen. Ich bin nicht aufgewacht. Ich bin nicht aufgewacht. Uh! Ich bin nicht aufgewacht. Ich bin jetzt da! Hallo? Ich bin jetzt da! Hallo? Der Play wird in 3 Minuten beendet. Bis dahin schaffen wir es. Barade haben wir schon mal. Ich bin cool, ich bin cool. Junge, du hast ein Panzer, jetzt komm. Kann ich deinen Kopf nicht schreien? Boah, das ist doch nicht immer das war. Lahmarschig super, ach so, jetzt. Weil, aber ich muss ja eigentlich nicht sein. Zu viel Krafttraining ist auch nicht gesund. Hallo! Nein, nein, nein! Sind so nah dran? Huh? Huh? Wenn du mich tötest, erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Er geht einfach auf Vater, was soll das? Was. Pfff! Nicht jetzt! Geh weg los! Komm später wieder! Wir sehen uns kleiner. RIP. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Die wird zurückzugehen. Komm schon. In den letzten zwei Sekunden, weißt du? Episode abgeschlossen. Let's go. Trophäe erhalten. Die letzten Jedi. Wie das Cape einfach nur für das L-Type. Minikiss. Gar keins. Charakterer und Schiffe. Dunkle Seiten. Kylo Ren ohne Helm mit Narbe. Luke alt auf Crate. General Hooks. Kylo Ren ohne Oberteil. General Leia. Schwarzes Gewand. Temiri Blark. Wer auch immer das ist. Kylo Ren ohne Fall. Für die Scheiße. Das war's für die Jörg von Luke. Will shoulders. Zu den Link und zu den Link. Aktiviert, gebraucht und bekannte. Auf Wiedersehen. Und ciao, Luke. Bis zum nächsten Mal.